Herzlich willkommen bei TPA und herzlich willkommen bei UpToTax. Heute schauen wir uns gemeinsam einen Fall an, der sich mit dem Zinsabzug beschäftigt. Konkret der Zinsabzug im Zusammenhang mit fremdfinanzierten Beteiligungserwerben und den Sonderfall, was macht man, wenn der Kredit nicht abgerufen wurde und die Bank Auflösungskosten verrechnet. Bevor wir in den Fall einsteigen, ganz kurz, wie schaut es rechtlich oder welchen rechtlichen Rahmen hat uns der Gesetzgeber mitgegeben. Im Steuerrecht gibt es den allgemeinen Grundsatz, dass Aufwendungen im Zusammenhang mit steuerfreien Einnahmen nicht abzugsfähig sind. Das würde bedeuten, dass auch Zinsen aus fremdfinanzierten Beteiligungserwerben einfach keine steuerwirksamen Betriebsausgaben darstellen würden. Aus diesem Grund hat der Gesetzgeber sozusagen Gegenausnahme geschaffen und hat gesagt, ja, sollte es solche Zinsen geben, sind die steuerwirksamen Betriebsausgaben. Mit einer Einschränkung, Geldbeschaffungskosten und Nebenkosten hat er aber sozusagen von diesem abzugsfähigen Zinsbegriff ausgenommen. Und genau in dem Fahrwasser hat es jetzt einen VBGH-Fall gegeben, der eigentlich von der Systematik relativ ziemlich gestrickt war. Im Jahr 18 hat ein Unternehmen einen Kreditvertrag geschlossen mit dem Zweck des Erwerbs einer Beteiligung. Im Jahr 19 ist der Deal geclosed worden, aber das Unternehmen hat sich entschieden, den Kredit nicht zu verwenden, sondern hat den Kaufpreis eigenfinanziert mit Eigenmittel und hat mit der Bank vereinbart, den Kredit aufzulösen. Und die Bank hat nachvollziehbarerweise für den entgangenen Gewinn, den sie erlitten hat, sozusagen diese Zinsen, die sie verrechnen hätte können über die Laufzeit, eine Auflösungsvieh in Rechnung gestellt. Der Steuerpflichtige, das Unternehmen, hat ins Gesetz reingeschaut und hat gesagt, ja passt, es gibt ja dieses Abzugsgebot unter Anführungszeichen für derlei Zinsen, hat das zum Abzug gebracht, die Steuererklärung eingereicht und war eigentlich happy damit. Leider hat das Finanzamt und das BfG in weiterer Folge das anders gesehen und haben vertreten, dass es keine Zinsen sind im Sinne dieses Abzugsgebots, sondern eben Geldbeschaffungskosten, die von diesem Zinsbegriff ausgenommen sind. Der Fall ist dann weitergegangen zum VWGH, der hat sich dann in weiterer Folge auch mit dem Thema eingehend beschäftigt und hat in einem ersten Schritt eigentlich den Voreinstanzen recht gegeben. Er hat gesagt, nein, es sind keine abzugsfähigen Zinsen. Warum? Weil nach dem allgemeinen Verständnis unter der Rechtsprechung Zinsen nur insofern vorliegen können, als sie ein Geld für die Überlassung von Kapital wahren. Und in unserem Fall, ganz offenkundig, ist der Kredite nicht abgerufen worden. Bedeutet, kein Kapital überlassen, ergo können die Auflösungskosten auch keine Zinsen in dieser Definition, entsprechend dieser Definition sein. Er hat sich aber in weiterer Folge dann mit einem zweiten Thema beschäftigt und ist eigentlich einen Schritt zurückgegangen und hat sich angeschaut, sind diese Kosten, die da entstanden sind, überhaupt von Abzugsverbot betroffen? Ist der Kredit, der ursprünglich intendiert war für den Erwerb der Beteiligung, steht da wirklich in einem unmittelbaren Zusammenhang mit einer steuerfreien Einnahmequelle? Und da ist er zu dem Ergebnis gekommen, nein, es war zu ursprünglich geplant, aber der Kredit ist ja nicht abgerufen worden und auch nicht dafür verwendet worden, die Beteiligung zu kaufen. Und hat dann eigentlich gesagt, ja, die Auflösungskosten unterliegen keinem Abzugsverbot, es sind zwar keine Zinsen, aber können die trotzdem als Betriebsausgaben geltend gemacht werden. Für den steuerpflichtigen Gut, sozusagen für alle Vorinstanzen weniger. Was kann man jetzt für die Praxis mitnehmen? Das Zinsthema ist im Konzern und auch sozusagen bei den Unternehmen immer wieder ein großes Thema. Wir haben über die letzten Jahre hinweg immer stärkere Einschränkungen beim Zinsabzug erfahren. Angefangen mit dem Thema, dass Zinsen bei konzerninternen fremdfinanzierten Beteiligungserwerben immer abzugsfähig sind, dass der Zinsabzug eingeschränkt wurde bei niedrig besteuerten Zinsen im Konzern und zu guter Letzt das Thema der Zinsschranke, das einfach ein großes Thema ist, sowohl in der laufenden Compliance als auch beim Thema Strukturierung, wie kann man damit umgehen, um den Zinsaufwand in der Struktur einfach abzusichern. Und sollten Sie bei diesem Thema, das umfassend ist, Beratungsbedarf haben oder einfach nur gerne mal über den ein oder anderen Fall oder die ein oder andere Konstellation quatschen wollen, wir stehen jederzeit gerne für einen Austausch zur Verfügung. Und zu guter Letzt bleibt mir einfach nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen und bleiben Sie mit uns up to text. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.